Besonders in Addis und der Ort, wo der afrikanische Großstädter seine freien Stunden ungestört genießen kann, heißt Debre Seid, nur wenige Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Wie immer ist es ein durch und durch internationales Rendezvous. Männer und Frauen aus aller Herren Länder finden dabei unbegrenzten Kontakt zueinander. Musik Musik